Servus beieinander. Darf ich vorstellen? Franz Xaver Zeller. Als Bela Moser. Als Bela Moser. Ich komme aus Bela Moser an den Fürstenhof. Ich habe diese bezauberte junge Dame an einem Seminar in Göttingen kennengelernt, mich sofort verschossen und ich habe mir nach der Musik in Fürstenhof nach zufällig was frei geworden. Ich habe sie gestalkt. Und dann komme ich an und meine Träume zerplatzen, weil da dieser muskulöse Paul ist. Ja, wir schauen mal, ob der Bela mit seinem Humor, mit seinem Witz, mit seiner Kugel vielleicht doch eine Chance hat gegen den. Bela Moser.